Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken Ja hallo, ich bin die Bettina Lang, ich arbeite in einer Steuerberatung und bin selbstständige Einrichtungsberaterin. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn? Also ich habe das Projekt Lebensblüten kennengelernt und habe mir sofort gedacht, es ist so eine wunderbare Sache und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass ich das schon früher kennengelernt hätte, weil mein Papa ist vor sechs Jahren gestorben und ich hätte mir gerne gewünscht, dass ich da eben so eine schöne Erinnerung an ihn gehabt hätte. Also ich glaube, es ist einfach eine wunderbare Sache, dass es die Möglichkeit gibt, dass man, egal ob man jetzt eine Krankheit hat oder ganz gesund ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, dass man seiner Familie, seinen Freunden, den Menschen, die einem wichtig sind, was hinterlässt, was Bleibendes, wenn man irgendwann nicht mehr auf dieser Welt ist. Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken 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 Verschenken